Vox und Sky präsentieren die Huren-Söhne Mannheims mit ihrem neuen, nicht-antisemitischen Hit-Album Death to Israel mit gefühlvollen Politballaden, die uns die Herzen und die Augen öffnen. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Wahrheit fangst. Der Jude ist schuld, es steht zu 100% fest. Ich sag nur, rutsche, schaut mal im Netz. Unglaublich, was da alles steht im Netz. Mit Deutschlands bekanntestem Amerika-Kritiker Xavier Naidoo und den Huren-Söhnen Mannheims ist jeden Tag Montags-Demo in deinem CD-Player. Aufgewacht, ihr Steigbügelhalter, guten Morgen. Das neue Album der Huren-Söhne Mannheims trennt euch mit scharfer Schere endlich von der Nabelschnur Babylons. Dieses Land ist keine Republik. Dieses Land ist ne GmbH. Der Armee lenkt. Wir sind nicht selbstbestimmt. Denn wir haben keinen Friedensvertrag. Die Fachpresse ist aufgerüttelt vom bislang ehrlichsten Album des amerikakritischen Kurpfälzers und seinen schlau gekifften Pallern dienen. Gib mir den Armin auf. Ich weck euch auf meine Schrauben. Sie fliegen über euch hell. 20.000 Kerntrails über dem Meer Über dem Meer Sicher noch mehr 20.000 Kerntrails über dem Meer Dreh deinen Volumeregler auf Wahrheitsstufe 11 Die Hurensöhne Mannheims und Xavier Naidoo sind wieder da Politik lass ich lieber den Xavier machen Ich komm aus Mannheim, hab ne Mütze auf und bin Hurensucht Mein Name ist Henning Wehland Ich bin der einzige Promi hier neben Xavier Naidoo Und ich hab keine Ahnung wovon Xavier singt Aber er ist wirklich ein ganz angenehmer Typ Und ohne ihn verkaufen wir keine Platten Dieses Album geht auf eins Wenn das der Mossad oder die Homo-Lobby nicht verhindern Alles kann besser werden Ohne all die Merkels auf Bären Alles wird besser werden Wenn endlich die Polyponsen sterben Alles wird rechter werden Ohne all die Volksfeinde auf Bären Alles wird besser werden Dass endlich alle Volksverräter sterben Vox und Sky präsentieren Das neue, nicht antisemitische Wahrheitssagung von Xavier Naidoo und den Huren Söhnen Mannheims Best to Israel Für alle, außer Muschi-Verweigerer, Volksverräter und von Amerika und Israel gelenkte Marionetten Ausgezeichnet mit dem Lutz-Bachmann-Preis für nicht entartete Kunst Ab sofort erhältlich im ganzen Reich Applaus Applaus Music Lutz-Bachmann-IMBachmann-Callaccord Untertitelung des ZDF, 2020